Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Es ist Samstag, der 12. Mai und ich bin hier in einer richtig coolen Stadt unterwegs. Und ich zeige euch einfach mal, wo ich bin und dann könnt ihr das auch direkt erraten. Ja, richtig geraten. Es ist London, natürlich Tower Bridge hier direkt neben uns am Start. Ja, ich habe noch leicht müde Augen und werde jetzt erstmal was frühstücken gehen und dann sehen wir uns wieder. Ich zeige euch dann einfach mal den Ausblick vom Hotelzimmer, der ist nämlich richtig geil. Im Hotelzimmer angekommen, Frühstück war richtig lecker und jetzt zeige ich euch den Ausblick wie versprochen. Jo, wir gehen jetzt auf jeden Fall raus in die Stadt. Jo, wir gehen jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich da bin. 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 Ich bin ein bisschen busier now.